Hier ist euer Kido8.1. Diesmal melde ich ihn in einem Rundgang durch das Eichacher Volkpreis 2015. Wie man hier bereits erkennen kann, beim Anfang der Boxer von Klowe. Teste wie stark du bist. Ich habe es gerade gemacht, naja, ich habe 250 geschafft. Also ich bin ein Schwächling. Gleich daneben, für die kleinen Kinder, Abenteuerland. Ich erinnere mich irgendwie an die Werbung und komme mit ins Abenteuerland. Dann, was steht uns hier ins Auge? Jetzt haben wir den Autoscooter, also den fahren wir gleich. Denn hier, wo ich auch gerade drin war und nur mit Hilfe herausgefunden habe, das Spiegellabyrinth Atlantis. Es ist sehr interessant und sehr lustig, da wieder rauszufinden. Daneben, der erste Skistand. Waldwesten, oder auf deutsch, der Wilde Westen. Wir müssen jetzt damit zu laufen. Wir müssen jetzt mal sehen. Irgendwie überliegend, hier in der Mitte, der Diebold Autoscooter. Wir müssen jetzt mal sehen. Wer Lust auf etwas Süßes hat, gleich neben dem Wild Westen, Krebs. Hier gibt es original Französische Krebs. Also hier nochmal der Wild West, Atlantis und Krebs. Gegenüber liegt immer noch der Südbold Autoscooter. Wer einen Drehwurm bekommen möchte, ist hier beim Las Vegas. Von Fabulos. Las Vegas Rock'n'Roll, genau richtig. Und wer nochmal testen möchte, wie stark er ist. Der kann es hier nochmal beim Boxen probieren. Oder beim Goal Kicker. Kommen wir hier, das Las Vegas. Neben dem Las Vegas, wer noch Lust auf etwas Süßes hat. Die Berte Schokoladenfabrik. Und nochmal von hier kamen wir. Hier gleich noch, der zweite Süßstand. Namenlos. Jedenfalls kann ich gerade keinen Namen erkennen. Und gegenüberliegend das Festzelt. Die Festhalle Binzwanger. Binzwanger. Schauen wir mal kurz rein. Bei der Biergarten, wie es aussieht, ist ein Seer voll. Wie es drinnen so aussieht. Es fängt ganz leicht an zu regnen. Bei der Hitze aber eine Erfrischung. Ah, eine Band spielt. Eine Blaskapelle. So rum. Gut. Dann verabschieden wir uns vom Festzelt. Ist auch dort nicht spät. Nochmal der Süßstand, wenn man rauskommt. Dann gehen wir hier rechts weiter. Beim Binzwanger und Kämter Schlemmmeertreff. Bratwurstsemmeln, Pommes, Stegsemmeln, Fisch, Lachssemmeln, Apfelscholle, Wasser, Cola Mix gibt es hier. Die Weizenschenke von der Brauerei Kübach. Die hat noch geschlossen. Oder noch vergessen habe. Hier wird im Kübacher Bier ausgeschenkt. Neben dem Schlemmertreff die Fischbraterei von Müller. Ofenfrische Brezeln, Steckerlfisch vom Holzkohlegrill. Und das Casino Roal. Ein Losstanz. Mit kleinen Nieten. Gehen wir weiter. Hier wieder links nochmal der Diebold Autoscooter von der anderen Seite. Hier gibt es noch Folienballons. Kleine oder große. Und Captain Cooks süße Schotzinsel. Ein weiterer Südigkeitenstand. Und für die kleineren Kinder bis maximal 40 Kilo. Super riesen Spaß und toll. Trampolinspringen. Eine der weiteren Hauptoperationen hier. Die XXL Krake. Staudenrausch. Und dann haben wir schon wieder. Sehe ich gerade. Hier ist Atlantis. Und hier haben wir. Haben wir schon. Dann würde ich mal sagen, dass wir durch sind. Und bedanke mich fürs angucken. Und ich hoffe, wir konnten euch ehrlichermaßen zeigen, was es hier alles gibt. Auf dem Folgte von Eichach. Weitere Videos finden wir auf meinem YouTube-Kanal. Alkido881. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Alkido881.